BRATFAHRN COMPANY! Genau! Haha! Ba 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 ba! Ich Bratfahndes! Haha! Ich seh schon wieder so geil aus! Oh Gott, ey, ja! Da ist ein Medikett! He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he! Jaaa! Ich heal dich! Ich heal dich! Ich heal dich! Echt, du hast auch ein, zwei hast du jetzt. Ich lag hier auf der Bank! Ich heal dich! Warte, ich will dich auch healen! Ich muss das Bratfahnd! Erst Bratfahnd dann heal! Bang! Ich heah! Oh ey, Schlampe hat es mir besorgt! Warte, ich komme hoch! Oh Gott, aah! Der Bratpfund! Nach meinem Sohn wieder denkt mir, ich hab voll die Spassmähne. Was? Was scheißt du? Danke! Bitte! Meine Petzel, meine Coca-Cola, von der Coca-Cola kommt in die Behandlung... NEIN! Bratpfund! 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 Au! Bratpfund! Hallo, du sollst ihn schließen! Ja, das Locker stand oben. Ist verboten! Jaaaa! Hallo, ich hab den Kuss gegeben! Geht doch. Jetzt hast du keinen Sex haben, okay? Geil! Scheiße! Trotzdem, Bratpfund im Urlaub! Ja, okay! Hilfe! Jaaaa! Gebratpfund! Es reitet mich! Nur Bratpfund erlaubt! Wer ist dir? Hallo! Jaaaa! Gebratpfund! 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 Ich liebe dich! und du 500. Nur mit der Bratpfanne. Genau in seinem Gedanken hab ich auch. Ich weiß, dass was Hestes mitkommt. Vincent, die hettische Schnurrer-Puppe hat mich geantwortet. Mir schon. Hab keinen Bock auf der Pfadet. Zwei. Spam, den ist erst auf gleich voll. Warte, ich spamm ihn jetzt. Mitten in der Aufnahme. Mit was spammst du ihn? Warte. Was spammst du? Mit LOL. Das ist die ganze Zeit nur LOL von mir. Hey LOL. Jetzt kommt einmal Roffel. Du hast ihn mit dem Messer in der Rüttemberg und ausgebaut. Aber vielleicht dann nur ein Penner. Der hatte so einen Krippel in den Augen. Das klingt nervt. Das ist gar nicht so mega zu, ey. Ah nein, mein Gott macht scheiße. Das wird machen. Ja genau, mach mal mit. Aber auch mit LOL. Jetzt kommt Double Penetration. Das ist schwierig. Machst du auch gerade? Ja. So, erstmal wieder aktiv gehen hier. Vor der Bot klar ist er immer. So. Mann, er muss aufdenken. Ich hab da einen fetten Fleck auf dem Böder. Ne, das war ein Blutdropfen, okay. Ich hab gestern Kliege gegessen aus Spanalschlicken. Oh, nee. Da kommt ein Mungo. Bödern. Guck mal, wir sind nicht nach dem Schussraum raus, sondern der heizt sich schon. Und das hat er falsch. Ja, er ist halt schlecht. Wir sind mit unserer Bratpfanne halt besser. Bratpfanne. Geil, dein Gesicht los. Gib's mir. Oh, ich will dich. Oh, Alter, wie. Oh, ich teste dich nach Gorka. Oh, und den aus deiner Mungi in meinem Gesicht. Das ist ja geil. Mit einer Bratpfanne. Eine Bratpfanne. So, ist egal, was mir entgegenkommt. Egal, Boomer oder Tank. Bratpfanne. Genau. Ich habe nur eine Antwort. Bratpfanne. Bratpfanne. Aber guck mal, du kannst unterwegs immer was zu essen machen. Ja, mit einer Bratpfanne. Und guck mal, Fett hast du sogar schon genug. Ja. Siehst du einmal kurz an den Haaren von so einem Weif und dann hast du auch genug Fett. Ja. Oder an Linas Haaren. Ha, da nehm ich gleich. Was war denn? Oh, Alter, geil, Alter. Du, du, du hörst mich gerade richtig an. Ich krieg voll den Harten, ey. Ich glaube, davon mache ich eine 10 Stunden mehr so einen Ton mit der Beine runter. Das wäre es, ey. Oh, mein Gott. Ich habe schon mal vor so 10 Stunden so. Ich glaube, das war von mir aber immer raus, wenn der Backe sich, bis es zieht. Warte, das ist der wievielte Part, der zweite, den merke ich mir. 10 Stunden rübs, komplett. Voll tatsächlich. Aber dann wird uns an YouTube gesperrt. Nur für User ab 18 Jahren. Genau. Kommst du? Hm? Komm. Ich komme! Ah! Ich bin da. Na, Schatz, jetzt kann ich noch ein fatter Rübser von dir. Ja, ich arbeite ja dran. Ich muss den Luft hinter schlucken. Ah! Dem Bratfohne, ich dem Bratfohne, ich dem Bratfohne! Au! 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 Du hast das Bratfohne! Gerne, doch, Schatz. Und hier doch einmal. Boing. Du bist sofort... Das sah jetzt aus. Bäm. Oh, mein Gott, ey. Nein, Kettensäge, bitte mal Bratpfannen! Hier ist der Witsch, hier ist der Witsch! Lass zusammen raufruhen! Okay, 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 drei, zwei, eins, go! Okay! Bäm, bäm, bäm! Ja! Hammer, geil! Weißt du, manche kriegen das nicht mal mit der Schrot hin und wir brauchen damit der Bratpfanne einfach ein paar Mal rum! Wir sind die Bros! AAAAAAAH! Wir sind die Bratpfannen! I cover your front, back, front! Wir sind die Bratpfannen! Ihr Mangos, lasst meinen Schatz hier in Ruhe! Bratpfannen! My Bratpfannen, Fieschock! Es rennt überall, sonst ist der hessische Muschi das mit der Katana hinterher... Katana mit der... ...Machet hinterher machen! Na, machet kurz! Glocki, 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 Glocki! Rette mich! Scheiße! Äh, lol! Hä, was hab ich denn?! Lol, jetzt haben wir uns gegenseitig angesprungen! Er hat mich geritten, aber dadurch, dass ich ihn auch angesprungen hab, ist er wieder runtergefallen! Aber geil! Das sah gerade richtig komisch! Das musst du dir unbedingt angucken, wenn ich ihn nicht hochgeladen habe! Das sah gerade so... Das hatte ich noch nie! Noch nie! Alter! Was war denn das, ey? Ich hör den Denk! Er knuspert in der Ferne! Soll ich schon mal starten? Ich lass mal auf den anderen, oder? Ja, Start! Okay, jetzt war Knochenbrechen! Da setzt man seine Treppe! Dann gehen wir zur Treppe, okay? Dann gehen wir zur Treppe, okay? Jopp! Bam! Möck! Ahhhh! Ach! Ach! Ach, kriegst du da gerade ein Kind, oder wie? Nein, nein, nein! Ja, ich hab' gewonnen! So, es ist gekonnt, an mir vorbei gesprungen! Boah, wie hängt die denn hier auf dem Gelände? Ich hab' ja doch gesagt, du sitzt gerade wie eine Hochschwangere! Schon wieder! Oh, nee! Oh, nee! Boah, ist ja wie... Ist ja wie... Ist ja wie Sozialkundenunterricht, ätzend! ja der andere vergnügt sich da mit dem smoker und macht oralsex der andere macht's zu hinten allein mit dem auch hier sind wir beide sind zusammen mit bradpfanne mit bradpfanne und gallo und dingstown pipe und so ja der steht halt auf japanischen geilen sex mit bradpfanne was sie denn jetzt aber jetzt hat er mir den geklaut da kam auch schon wieder so klingelt sich wirklich ein und du machst mich voll geil weißt du was du beim sex machen musst mir ins gesicht zu rübsen jeder der in den kommentaren schreit ich werde total von sord sein dann fick ich den arsch und dann hacke ich dir alle finger ab hallo was denn du fickst ein bisschen den arsch ja dich fick ich doch auch den arsch auch wer noch ja unseren leuten unser kind gell ja mich interessiert das griechische ideal der knabenliebe genau ah hilfe schatz du hängst aber schön auf ja ich dachte mir ich will mal jetzt hier eine runde und die luft hier oben ist so toll deswegen trinke ich jetzt erstmal eine pepsi ein produkt der coca cola company ja ok dann dann halt nicht ach warum denn ich gehe doch weg ich bin runtergefallen ja jetzt hört doch hekt 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 die kann man da hekt 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 oh mein g ja ich hab sie gerade weg schatzi 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 ich verraten schon ein aah 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 hallo was wird denn das hier hallo warte앵커 hallo also das stimmt ja fast ja das ause chore Nein, es mag uns nicht wieder da hoch! Bleib hier! Kommt du verlaut! Es guckt Pionkid weg. Aber hey, es mag uns nicht! Oh, moin! Aaaaaaaah! 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 Helft ihm mal! Achso? Was war denn da los jetzt? Fisch, fisch! Er war wieder blieb! Ja, es ist eine... Aaaaaaah! Nein! Hammernice ey! Hammernice! Oh my god! Das gab nie gerufen! He's coming from the dark side! Biss Cookies! Haha! Alter! Aaaaaaaah! Hahaha! You gotta get to the bridge! Ich bin total männlich! für vertreten um 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 vor allem aus der verkehr verfehlt aber auch zu beurte aber auch schuldigung er hatte trotzdem das vertreten Ich weiß genau, warum Sparta ein Militärstaat war, die haben alle mit Bratwander gekämpft, das war die Wahrheit. Deswegen konnten auch die Frauen mit zum Schlachtfeld. Die haben dann ihre Aluminium... Ich hab Puzzeln am Mund! Darf ich ablecken, mit meinem Schwanz draufkloppen? So ranzig, so krustig, wie der mittlerweile schon ist, oder wie? Achso? Ich dachte, das magst du immer, das ist dann wie so ein Lollipop. Ding! Damit du länger lutschen kannst. Lutschen, bis das weiterkommt, gell? Ja, klar. Ich hab immer ganz viel Kinderregel für dich. Und dir Hunger ist gegessen. Wenn du's dickens, kann ich dir auch geben. Mach doch mal hier hin! Habbum! So viel auf einmal! Mein Loch ist nicht konzipiert für mehrere! Maximal 3, aber das ist jetzt auch schon ziemlich eng. Das kannst du jetzt Bratpfanne for Dead nennen. Ah, der andere war heute. Bratpfanne. Ja, Bratpfanne. So ist der Holz da rein, nichts. Wir hauen mit der Bratpfanne drauf, alles tot. So, warten wir kurz. Ja. Und das mit Mentors? Mit Mentors? Kann ich da gerne reinstecken. Oh, ja, Mentors. Mit Mentor-Geschmack. Aha, na natürlich, ich bin auch von her ab. Also, du bist. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Rache, gib mir dein Nougat. Gib mir dein Nougat. Oh, ja. Oh, ja. Nougat. Warte mal kurz, ich suche eine ganz bestimmte Playlist gerade in YouTube. Oh, Gott. Wieso? Weil ich mir vorher in eine Playlist reingezogen habe, von Nightcore. Und da war ein ganz bestimmtes Lied dabei, was echt geil gemacht wurde. Da ist es! Ist das bitter weggegangen. Oh, Alter, der ist jetzt auch nicht so drücken angehört. Oh, aber der war schön sanft. Der kam ohne Probleme, kam der hoch. Ja, du... Ich werde geritten. Du... Hm... 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 Heil des! Was? Heil des! Ja. Warte, ich hab was für dich. Du sollst dich heilen! Oh, du, Muschi, jetzt bleib doch nur stehen. Heil des selber! Hey, du Vaginalkrampatz, komm her. Nein, da läuft's hier! Hahahaha Ah, heiß! Oh ne... To the sky! Ey, 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 das kam grad echt passend, weißt du warum? In dem Lied kam das grad genau! Munition für meine Bratpfanne, ich warte meine Bratpfanne nach! Ja, ich werd mich jetzt erstmal hier in diese Ecke setzen und anfangen zu masturbieren. Mach das! Dabei guck ich mir dein Bild an, was du mir gemacht hast, wo du nur im BH zu sehen bist. Was ich jetzt im Video einblende. Nein! Ihr Bild nicht! Und alle vergessen, ich denk lieber Chris ein. Das nackte Foto von Chris. mit den Haareken Nippeln und Zütteln. Ja, ja, kommt. Da kann ich überhaupt was. Mirakel Wepp. Ja, ich brauche einfach. Was ist? So, es geht ja? Ja, wir will nicht packen. Wer verfolgt mich. Der Jochie, Aiii! Auf eine Freude zu klatschen da mit... Nein! Aaaah! Ah, man spricht in der Lefans Gesicht. ist auch her wenn man so wieder voll leben da da Boing! Was bist du? Witch! Ich hab gehört, die Witch machen wir da gemeinsam. Da! Ja, deswegen wollte ich eigentlich, dass wir die gemeinsam machen. Ja. Aua! Äh! Äh! Halt durch! Ich möchte dich einmal befriedigen, werd doch mal stehen. Genau, das wird jetzt ein bisschen weh tun. Huch! Nochmal! Klemm ich doch nicht in die Tür ein! Ah, mein Schwanz auch! Ist mein Schwanz in die Autotür eingeklemmt, das hat weh getan. Danke! Bist der für einmal so ruhig. Mit Träumer! Nein, der wird trotzdem vorher... Äh... Einfach aktiv! Mit dem Tank! Einfach hinbei! Ah, ich hänge! Ja! 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 Immer noch Tank! Ja! Ah! 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 Willst du mir! nachdem du das? Ich bin neidisch! Als ob der andere mir mit der Schrote aber ganz schön gegeben! Ah! Ah! Glocky! tot jetzt haben wir den Tänkebraten du schaffst das ne ich wirklich nicht mein gott sind wir gut die kampagne in der letzten fast volle stunde noch schaffen ja wenn ich es auch nicht ja wenn ich es auch nicht schön aber halt so weit wie es wir es schaffen und dann ist gut geil glaubt das guck ich wirklich so zehnmal in deiner arme hol mal drauf anrund und dabei hattest man noch zu leider, du musst den Mund aufmachen wir sehen hier so scheiße gut aus der andere lässt sich wieder reiten da kommen wir gar nicht mehr zurück ne ach ja oh ich hab's gefangen ja immer leid das ist okay das steht drauf so wie es so will wie in real life an du mir mit der Bratpfanne so wird es vielleicht auch immer richtig heiß macht sie nämlich auch immer gerne in der Freizeit da kommt dann wenn sie zu besuchen ist dann mal die Bratpfanne raus und dann zur Begrüßung gibt es erstmal eine die diese sind doch möglich das ist das Gefühl sich nicht von diesem Trotaden regel da kommt er ja wenn man hier in der Ecke ja das ja wird die Macht meiner Bratpfanne jährigen Hohenböcke wenn wir schießen es hat man die Kanister gezündet und den Typen anzubringen unser Diebsworte der Keller der liegt da hinten in den Schilden gesehen ich fach mich so so, wenn der da draußen rum ist ne gut, gehen wir mal ein bisschen hin und unterstützen ihn boah, ich hab Perl ok also wir hatten beide weniger HP als er und haben das viel besser überlebt mehr HP als er nein 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 ich komme zurück zu die Jockey sitzt jetzt mal kacken muss das Ende Gelände ja, ich versuch's, das ist doch noch nicht so einfach ja das ist erledigt immer rein ich versuch's schluck's ich und wirst